Wenn man Zeit hat, um die Musik zu machen, sind Andrea und ich manchmal beleidigt und fahren mit der Velonite weg. Wir sind beleidigt. Das nächste Stück ist auf einer Velotour nach Marokka entstanden. Da sind wir fünf Monate gefahren bis in die Sahara. Und dort haben wir bei einer Österreicherin einen Jean-Bret Blanche mieten können. Die hat jedes Jahr ihr Lebenhaus wieder renoviert und eben das Weisse Zimmer auch. Und über das Leben geklönt und uns den besten Kaiserschmarrn Südl von Wien gekocht. Jean-Bret Blanche. Musik 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 Musik